Ihr Lieben, God Encounter beschäftigt uns, also wir haben eine Predigt-Serie über Gottbegegnung, Gott-Momente. Das sind die Momente, wo unser Leben einfach verändert wird. Und Pastor Heiko hat letzte Woche gesprochen über den Zacchaeus, nicht den Nicodemus, den Zacchaeus. Jetzt, also wir haben jetzt biblische Persönlichkeiten, die im Neuen Testament sich befinden und einfach diese Biografien, soweit wir sie ein bisschen erkennen können, die herausgenommen. Und dann hat er über diese Frau, die Ehebrecherin, die gesteinigt werden sollte und Jesus kam und rettete sie. Und da kam auch dieser bekannte Satz, werfe den ersten Stein, wer keine Sünde hat. Und so wurden die Menschen, die diese Frau steinigen wollten, sind dann zurückgewischt. Eine Besonderheit war, dass als Jesus diese Worte gesagt hat oder bevor er sie gesagt hat, das könnt ihr nachlesen im Evangelium, schrieb er mit seinen Fingern auf den Boden. Könnt ihr lesen. Und er schrieb, was schrieb er da? Während so die Männer da mit ihren Steinen und die Frau voller Angst, er schreibt, Jesus schreibt und es wird uns nicht berichtet, was er geschrieben hat. Und dann sagt er diese Worte. Okay, hier können sie steinigen. Werfe den ersten Stein, wer keine Sünde hat. Man kann vielleicht eins und eins zusammenzählen, das macht zwei. Kann es sein, dass Jesus die Sünden der Menschen auf dem Boden, auf den Staub geschrieben hat? Die Menschen, die da standen und das mitgelesen haben. Kann es sein? Nein, es wird uns nicht überliefert. Ich glaube dran. Weil Jesus einfach unser Herz kennt und unser Leben kennt. Und das war so genial, wo er alle Sünden offenbart, der Männer, die da standen und ihr Gericht ausüben wollten. Und ich denke, das ist so genial. Es war einer da, der diese Frau steinigen konnte. Einer war da. Jesus. Er war ohne Sünde. Und deswegen hat er gesagt, ist jemand hier, der dich noch verurteilt? Und die Frau. Übrigens, wer war denn die Frau? Wer war diese Frau? Und das hat mich ein bisschen beschäftigt. Aber die Frau sagt, es ist niemand mehr da. Und deswegen sagt Jesus, und ich, und ich. Das heißt, ich könnte jetzt, weil ich bin ohne Sünde. Aber ich tue es nicht. Denn Jesus ist die Verschwendung an Liebe. Verschwendung an Gnade. Das Wort Verschwendung möchte ich heute ein bisschen in einem positiven Kontext uns alle hier sagen. Verschwendung hat so einen negativen Touch, dieses deutsche Wort Verschwendung. Aber Verschwendung an Freundlichkeit, Verschwenderischsein an Liebe, an Gnade, das ist nicht negativ. Das ist positiv. Und diese Frau, wer war diese Frau? Nun, eine interessante Reise. Diese Frau erlebt eine, erlebte verschwenderische Gnade und Liebe und Annahme von Jesus Christus. Und ich habe ein bisschen studiert, diese Woche neu, immer wieder, man vergisst ja Dinge. Und tatsächlich, man kann nicht erkennen, wer diese Frau war. Man kann aber, es ist frei zu interpretieren, wer diese Frau sein könnte. Und das ist mein Standpunkt heute. Ich stelle euch diese Frau vor, nach meiner Interpretation, weil es nicht so klar ist, und nach den verschiedenen Berichten in den Evangelien, glaube ich, dass das die gleiche Frau ist, die ich gleich in Kapitel 7 vom Lukas-Evangelium euch vorstellen werde. Ich habe heute längere Texte, aber wir werden schnell zusammen lesen. Zuvor geht es mir darum, wisst ihr, dass Jesus oder dass die Jünger auch einen Anteil hatten an Frauen? Ihr wisst es doch. Frauen haben, nicht nur Männer haben Jesus gedient und nachgefolgt oder gehörten zu seinem engsten Kreis, sondern auch eine Reihe von Frauen. Wir haben hier eine Auflistung in Lukas Kapitel 8, Vers 2. Da heißt es, Vers 1 und 2. Bald darauf zog Jesus durch viele Städte und Dörfer. Überall sprach er zu den Menschen und verkündigte die rettende Botschaft von Gottes Reich. Dabei begleiteten ihn seine zwölf Jünger, die kennen wir, und einige Frauen, die er von bösen Geistern befreit und von ihren Krankheiten geheilt hatte. Zu ihnen gehörte Maria Magdalena. Und dann heißt es, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Und in Vers 3 werden noch andere Frauen genannt. Warum? Betone ich Maria aus Magdala. Maria Magdalena. Magdalena ist nicht ihr Familienname. Sondern Magdala ist ein Ort an der westlichen Seite des Segen Ezeret, also Westufer. Und dort war ein Ort, ein Dorf Magdala. Und weil in der hebräischen Kultur der Name Miriam oder Maria so oft vorkommt und auch in dem Neuen Testament Miriam, Miriam oder Maria, 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 haben die Schreiber versucht, diese Marias, diese viele Marias ein bisschen einzuordnen. Und diese bestimmte Maria, sie kam aus Magdala und deswegen Maria Magdalena. Ihr vermutet schon, wo meine Auslegung vielleicht hin oder sicher hingehen wird. Die Bezeichnung sieben Dämonen. Nun, man kann es verstehen wirklich von sieben bösen Geistern, wo Jesus diese Frau befreit hat. Aber das braucht jetzt ein bisschen mehr Erläuterung und Erklärung, auch für einige, die hier neu die Bibel lesen. Aber in der Zeit war das auch ein Ausdruck von ganz schlimmer Krankheit. Ganz schlimmer Krankheit. Und insbesondere Krankheit, das mit der Seele zu tun hatte. So erklären das auch einige Ausleger. Nun, sie hatte eine besondere Bedeutung, die Maria Magdalena, unter den Frauen, weil sie meistens als erste genannt wird. Wo finden wir aber ihre Geschichte des Gott-Encounters, der Gottbegegnung? Das habe ich mich gefragt. Maria Magdalena, wo ist eine Bekehrungsgeschichte zu finden? Interessante Frage. Maria Magdalena, kann es sein, dass du die gleiche Frau bist wie die Ehebrecherin? Es bleibt offen. Kann es sein, dass du die Frau bist, von dem Heiko letzte Woche hier gepredigt hat? Kann es sein? Kann es sein, dass du diese Frau bist? Und dann? Kann es sein, dass du vielleicht die bekannte Sünderin, denn ich habe jetzt Kapitel 8 gelesen vom Lukas, um etwas herauszufinden, wer ist denn eigentlich gemeint, muss man sich immer auf der Suche machen des Kontextes. Also bin ich ein Kapitel zurück. Und dort berichtet uns der Schreiber Lukas über die Bekehrung oder über einen Gottmoment von einer Frau ohne Namen, die als große Sünderin bezeichnet wurde. Und ich habe jetzt die verschiedenen Bibelübersetzungen da ein bisschen mir herausgesucht und die Bezeichnung in der neutestamentlichen Sprache und in der Kultur der damaligen Zeit große Sünderin, die in der Stadt bekannt war, hat das immer mit Prostitution zu tun. Es hat immer mit Prostitution zu tun. Und daher vermuten einige Theologen, ich gehöre dazu, dass diese namenslose Frau ein Kapitel vorher, bevor gesagt wird, und es gehörte zu den Frauen, die ihm folgten, auch Frauen, einer davon mit Namen Maria Magdalena, daher nimmt man, dass sie Beruf Prostitution hatte, bevor sie Jesus Christus begegnet ist. Und daher kommt es Maria Magdalena, die bekannte Prostituierte in der damaligen Zeit in diesem Geschehen ist. Und wenn wir das so sehen wollen, dann macht natürlich ein Kapitel vorher, was dort passiert, so deutlich, dass irgendwie etwas passiert ist mit dieser Frau, denn sie kommt zu Jesus und fällt ihr zu den Füßen. Und ich frage mich, warum tust du das? Wir lesen, wir lesen. Seid ihr bereit zu lesen? Wer hat Lust zu lesen? Lukas 7, 36 bis 50. Hilfe, Hilfe. Aber ich weiß, ich habe das Team ein bisschen herausgefordert. Aber ich will es lesen mit euch. Einmal wurde Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Ein Pharisäer ist so ein religiöser Führer. Er ging in das Haus dieses Mannes, also Jesus, und begab sich an den Tisch. Da kam eine Prostituierte herein. Komisch. Man hat sie geklingelt, hat sie die Schlüssel gehabt von dieser Wohnung. Plötzlich taucht hier eine Prostituierte, die in der Stadt lebte. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war. In ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit kostbaren, mit kostbarem Parfüm, mit kostbarem Öl. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße, also die Füße von Jesus, von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem haarlangen Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das kostbare Öl über diese Füße. Ich frage mich, woher kommst du? Warum tust du das? Und das ist der Moment, das ist die Stelle, wo ich vermute, dass das die Ehebrecherin sein kann. Er lebte, wie Jesus sie von diesen Steinen befreit und dann hört sie es wieder in der Stadt und wisst ihr, wenn Jesus und wenn Gott Menschen vergibt, heißt es lange nicht, dass Menschen dir vergeben. Das heißt es lange nicht, denn, ich lese weiter, der Pharisäer hatte das alles beobachtet, der religiöse Führer und jetzt kommt es und er dachte, wenn dieser Mann, also Jesus, wirklich ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt. Sie ist schließlich eine stadtbekannte Hure. Simon, also dieser Pharisäer hieß Simon. Jesus sagt, ich will dir etwas erzählen und unterbrach Jesus seine Gedanken. Jesus wusste ganz genau, was der Typ da gerade denkt und er unterbrach seine Gedanken und sagte, ja, ich höre zu, Lehrer, antwortete Simon. Jesus bringt ein Gleichnis. Ein reicher Mann hatte zwei Leuten Geld geliehen. Der eine Mann schuldete ihm 500 Silberstücke und der andere 50. Weil sie das Geld aber nicht zurückzahlen konnten, schenkte es beiden, erzählt Jesus. Jetzt kommt eine Frage. Welcher der beiden Männer wird ihm nun am meisten dankbar sein? Simon antwortete, äh, hallo, bestimmt der, der am größten die größere Schuld erlassen hat. Jesus sagte, du hast recht. Vielleicht hat er gedacht, du Trottel, aber er hat es bestimmt nicht gedacht, du hast recht. Bestätigte ihn Jesus. Dann warnte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, sie, diese Frau an, ich kam in dein Haus und jetzt stellt er ihn bloß und du hast mir kein Wasser gegeben für meine Füße, weil damals bei der Sitte, dass man die Füße wäscht. Was doch selbstverständlich ist, aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt, aber seit ich hier bin, hat diese Frau gar nicht mehr aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, während dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Das hört sich fast an, hörst du? Ich habe ihr vergeben, das, was ihr nicht könnt. Denn ihr bezeichnet sie immer noch als Hure, wenn es die Ehebrecherin gewesen ist. Und Jesus sagt, ich habe ihre Sünden vergeben und darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Diese Frau erkannte, dass Jesus, ich will es so sagen, wenn es die Ehebrecherin gewesen ist, Jesus hätte sie steinigen können, aber er hat es nicht getan. Und diese Frau war der Moment, wo sie nicht nur die Liebe Gottes erlebt, sondern sie kommt und gibt eine Antwort. Sie kommt bußfertig und sie kommt demütig und liebt Jesus, weil er ihr so viel vergeben hat. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, ich glaube, das ist jetzt der Moment der Befreiung von diesen sieben Dämonen, der Befreiung von dieser schlimmen Krankheit. Jesus sagt, zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Und da tuschelten andere Gäste, die da waren. Wer ist dieser, der Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Und das Wort gerettet kann man mit geheilt auch übersetzen. Dein Glaube hat dich geheilt. Gehe in Frieden. Leute, verzeiht mir, ich habe diese ganze Verse gelesen, weil manchmal ist es gut, den ganzen Text so richtig durchzugehen. Amen. Aber nicht nur Stücke, sondern den ganzen Teil. Aber ihr seht, Jesus hat gepredigt, ihr seht die ganze Chronologie. Eine andere Frau, die Schwester von Lazarus aus Betanien in Johannes 12, hat auch Jesus die Füße gewaschen, mit ihren Haaren getrocknet und sie gesalbt. Aber das ist nicht die gleiche Frau in dieser Geschichte. Denn die Maria, die Schwester von Lazarus, weinte nicht bitterlich und sie küsste nicht die Füße von Jesus. Sie hatte diesen Schmerz nicht. Aber diese Frau schon. Und ich will jetzt einen großen Sprung machen. hier sehen wir eine Frau, die verschwenderische Liebe erfahren hat in einer Gottesbegegnung, in einem Moment, wo Jesus sie rettet, sie erlöst, sie befreit, sie frei liebt. Sie erlebt diese verschwenderische Gnade, diese verschwenderische Annahme. Und ihr Leben wurde dann genauso. Und heute möchte ich diese auch immer wieder das Wort Überschuss. Überschuss. Das Thema der Predigt ist ein verschwenderisches Leben für Christus. Ist ein Leben, was sich Leben lohnt. Es geht um Überschuss. Maria Magdalena, kommen wir zurück zu ihr, zu Maria Magdalena, mit dem Kontext dieser Frau, die ihm hier mit ihren Tränen hat sie Jesus die Füße gewaschen. Mit diesem Kontext, diese Frau wurde befester Bestandteil, im Kapitel 8 steht es, Bestandteil der Nachfolger Jesu. Sie war privilegiert, wer die Bibel kennt, sie hat als Erste den Auferstandenen gesehen. Sie wusste, sie hatte Überschuss, eine Wertschätzung, wir haben es gesehen, sie kommt, ein sehr teures Ölnetz, sehr teure und sie erscheint, ich frage mich, lieber Pharisäer Simon, wie konnte denn diese Frau so frei in deinem Haus reinkommen? Also, Kapitel für sich, okay? Kapitel für sich, lassen wir das mal. Ich will niemanden hier, was in die Schuhe schieben, aber sehr komisch, als ob diese Frau diese Wohnung kannte und wusste, wo der Schlüssel versteckt ist. Ja? Weil es werden ja immer die Frauen gesteinigt, wo sind die Männer? Okay, anderes Thema. Anderes Thema. Ich werde ein bisschen saug. Nee, nee, bleib bloß für ruhig. Sie war privilegiert, sie hat zuerst Jesus auferstanden gesehen und sie hat festgehalten, sie stand am Kreuz, ihr Lieben. Sie war, ich will jetzt einmal in der Chronologie mal gehen, ein Lebenüberschuss, verschwenderisch, Übertriebenheit. Kann man übertreiben in der Nachfolge und im Leben mit Jesus? Nein. Mehr als der Durchschnitt, über das Normale hinaus. Und Maria Magdalena hat ein Lebensprofil genommen. Es ging ihr nicht, wenn du gibst, so empfängst du. Das war ja egal. Sie lebte, die Haltung geben ist seliger als nehmen. Ohne zu erwarten, dass sie empfängt. Verschwenderische Gnade hat sie erlebt und ein verschwenderisches Leben für Jesus wollte sie leben. Sie lebte, ein Überschuss an Wertschätzung und Ehrbietung. Sie lebte, ein Überschuss an Hingabe und Dienen. Im Vers 3 von Kapitel 8 sie war auch wohlhabend. Natürlich. Sie hatte viel Geld, wenn das ihr Beruf war und das hat sie zur Verfügung gestellt für den Dienst an Jesus und ihre und seine und seine Jünger. Auch andere wohlhabende Frauen haben ihnen so gedient. sie lebte ein Überschuss an Großzügigkeit. Sie lebte ein Überschuss an Mitleid. Die Männer, auch die Jünger, die ist halt abgehauen, als Jesus gekreuzigt wurde. Aber es wird uns im Johannes Kapitel 19 erzählt, wer findet Jesus unterm Kreuz? Die Mutter von ihm, die Tante von ihm und Maria Magdalena war da auch dabei und noch eine Frau. Es waren Frauen, die Männer sind abgehauen. Maria Magdalena gehörte dazu und es heißt, sie stand am Kreuz. Hallo? Es war diese Augenhöhe. Sie kannte diese Füße. Sie kannte diesen Ort der wunderbaren Füße des Herrn. Denn da ist sie zerbrochen. Als sie in diesem Haus reinstürmte, ist sie da zerbrochen. Ihr Leben hat sie dahin gegeben und sagte, ich will dir dienen mein Leben lang. Du hast all meine Sünden vergeben. Auch wenn Menschen mir nicht vergeben wollen, aber du hast mir vergeben. Hast mich befreit von den Geistern, die mich gequält haben, von den Dämonen, die mich gequält haben. Und so gebe ich dir mein Leben. Und da stand sie wieder unterm Kreuz und die Füße von Jesus auf Augenhöhe. Sie kannte diese seligen Füße des Herrn. Sie hatte keine Angst. Sie war da. Sie hatte keine Angst, was die Leute denken. Sie hatte keine Angst. Sie hat sich nicht geschämt, dass sie zu Jesus gehörte. Und wie leicht ist es, wie billig ist es für uns, unsere Kollegen, unsere Familienangehörige und so weiter und so fort. Wir sollen ein bisschen aufpassen, dass wir ja nicht merken, dass wir so, nein, nein, das war ihr alles egal. Und sie folgte ihm nicht nur bis zum Kreuz, sondern auch bis zum Grab. Und als Jesus begraben wurde und die Jünger in Angst und in Zweifel dahin vegetierten, ist sie aufgebrochen, noch alles dunkel war, mitten in der Nacht oder am frühen Morgen. Und sie hatte Sehnsucht, auch nach diesem toten Leib. Es war keine Auferstehung, Hoffnung, weil Jesus hatte davon zwar gesprochen, aber sie haben es nicht gekauft. Und sie war da und sie hat einfach ihn gesucht, als alleine, eine Frau alleine. Warum? Weil sie war gut erprobt. Also mit dem Beruf, den sie vorher ausübte. Und es war eine sehr bekannte Prostituierte. Du, da kann man nicht das Wasser reichen. Dass diese Frauen sind hart, die haben keinen Angst. Die sind stark. Warum? Weil das Leben, das Leben ist hart. Ich habe so einen Respekt auch davor. Nicht, nicht was die Ausübung des Berufes, sondern das eine Frau, um zu überleben und hat alle ihre Gründe, warum sie hineingeht in Prostitution, ihr Leben. Das sind ganz traurige Geschichten. Wir sind so, es ist so leicht, eine Frau zu verurteilen. Wir sind, nächsten Sonntag predigt Justin und er wird uns berichten von Justice Project. Aber wir brauchen ein Herz, dass eine Frau ihren Körper verkauft. Wie kann man das? Es sind ganz, ganz schlimme Umstände. Und die Barmherzigkeit Gottes lässt es dir nur verstehen, wie eine Frau so tief gehen kann. Sie hatte keine Angst in der Dunkelheit, aber sie hatte einen Überschuss. Sie hat sich verschwendete Sehnsucht, selbst nach dem Leib von Jesus. Sehnsucht, die Nähe an seinem Grab. So stark war ihre Liebe. Und dann findet sie den offenen Grab. Und sie ist die erste Person, die die Zeugen der Auferstehung Jesu Christi ist. Sie geht in den Grab rein, Stein war weggewälzt. Und da standen zwei Engel, glaubst du, sie hat sie erkannt? In dem Moment, wo du Jesus, Sehnsucht nach Jesus hast, ist ihr egal, das ganze Phänomenale. Sie dachte, wo hat den? Wo ist er? Wo ist er? Das war die einzige Frage. Und die Engel haben ihr irgendwie angedeutet, was suchst du, den Leben unter den Toten? Aber sie hat es nicht begriffen. Sie rennt wieder raus und beginnt einen Gärtner. Vom Wegen. Das war nicht der Gärtner. Das war Jesus. Und sie sagt, wo ist mein Herr? Und dann kommt Jesus. Und dann kommt Jesus und nennt nur ihren Namen. Miriam. Maria. Und dann erkennt sie, Rabbi, mein Herr. Und fällt ihr wieder zu Füßen. Immer diesen Ort der Füße. Und hält ihn fest. Krallt sich fest. Jesus privilegiert diese Ex-Prostituierte, diese Ex-Ure, privilegiert sie als erste Zeugen seiner Auferstehung. Halleluja. Gegen jeglichen Kultur, auch der Bibel, wo der Mann hervorgehoben wird. Jesus privilegiert diese Frau für diese Geste der Huldigung an seinen Füßen. hat sie ihr ganzes Leben ausgegossen. Die Tränen haben ihr seine Füße gewaschen. Die ganze Buße hat sie da infließen lassen. Und Jesus sagte, geht zu den Männern und verkündige ihnen, dass ich auferstanden bin. Halleluja. Und wisst ihr was? Ein Apostel ist. Ein Augenzeuge seiner Auferstehung. Wer war die Erste? Nicht Petrus. Nicht Johannes. Wer war die Erste? Maria Magdalena. Die Ex-Prostituierte. Vermutlich die Ehebrecherin. Vermutlich. Sie geht zu den Männern. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Hey, wir feiern Weihnachten, aber bald kommt es mit Ostern. Der Herr ist auferstanden. Und wie ist die Antwort? Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ja, aber die Männer haben nicht so geantwortet. Sie ist hingegangen. Sehnsucht. Und sie hielt Jesus fest. Maria, du krallst dich gerade an mich, aber es ist gut. Ich werde immer in deinem Herzen leben. Er ist dann die Himmelfahrt. Wir wissen, also er ist wieder weg. Dann ist er erschienen. Dann ist er erschienen. Aber in dieser Frau ist Jesus ganz tief, ganz tief erschienen für immer und ewig. Ich muss abkürzen. Ich habe hier einen Exkurs noch für euch. Und zwar kennt das Evangelium Beispiele von Verschwendung. Kennt das Evangelium von Jesus Beispiele oder das Neue Testament von Überschuss, von Übertreibung. Ich sage euch, ja. Studiere mal die Predigt von Jesus in Matthäus 5. Da spricht er nur von Überschuss. Wenn einer dir eine reinhaut, habe Überschuss. Die andere hinhalten. Ja. Wenn jemand dich hasst, ab Überschuss an Liebe und diene deinen Feind und liebe deinen Feind. Wenn jemand sein Kreuz tragen will, ab Überschuss verschwinde dich. Was die aufgeben, deines Ich und deiner Ich bezogen hat. Sei übertrieben da drinnen, dich davon zu distanzieren. Ja. Einfach verschwenden. Sein Leben verschwenden der Hingabe. Maria. Maria Magdalena ist ein Bild für. Die verschwendete Hingabe. Und höre es nicht negativ. Höre es mit positiven Worten. Sie folgte Jesus in Galiläa. Galiläa spricht für das christliche Leben. Das ist das Gebiet, wo Jesus seine ersten, die ganzen Gleichnisse entstanden sind. Seine ersten Jahre hat er dort gewirkt. Galiläa spricht für die christliche Ethik. Kann man denn übertreiben in der christlichen Ethik? In der Lehre von Jesus. In dem, was er moralisch und die Werte, die er uns beibringt. Ich sage dir, sei verschwenderisch da drinnen. Das zu leben und das auszuleben. Habe Überschuss in dem, was Jesus sich vom Leben vorstellt. Sagt jemand Amen dazu? Sei großzügig da drinnen. Maria Magdalena folgte Jesus in der Via Dolorosa am Kreuzweg von Distanz. Und Jesus trägt sein Kreuz. Und ab und zu mal dreht er seinen Kopf. Er begegnet die Augen seiner Mutter von Maria Magdalena. Diese Frauen waren zusammen. Sie hatten Überschuss an Bereitschaft, Prüfungen durchzuhalten. Prüfungen des christlichen Lebens. Prüfungen des Lebens. Und niemand von uns ist von Prüfungen befreit. Und die Frage ist, hältst du es durch? Suchst du die Kraft Gottes, die du brauchst, um jetzt durch diese Prüfung durchzugehen? Das ist nicht das Gleiche, was Jesus erduldet hat. Aber Überschuss an Bereitschaft. Oh Herr, ich verstehe jetzt diesen Weg nicht. Ich verstehe jetzt nicht, warum das kommt. Ich verstehe jetzt nicht diese Lebensumstände. Aber ich identifiziere sie als eine Prüfung meines Glaubens. Und ich habe Überschuss an Bereitwilligkeit, da durchzugehen. Versteht jemand, wovon ich rede? Sagt Amen oder sagt Nein. Maria Magdalena folgte Jesus auf Golgatha, wo Jesus starb. Ein Überschuss, verschwenderische Bereitschaft, unser Ich immer wieder sterben zu lassen. Mein Ego immer wieder sterben zu lassen. Und Jesus sagte das, dass wir für uns zurückgehen, kleiner werden sollen, uns demütigen. Und das kommt am Grab. Maria Magdalena hatte einen Überschuss der Bereitschaft, das Alte endlich hinter sich zu lassen. Das Alte hinter sich zu lassen. Sie war nicht Opfer von der Depression. Ich war mal eine Hure. Ich war mal eine Hure. Was soll denn aus mir werden? Wie können Menschen? Nein, sie hat es begraben in dem Begräbnis mit Jesus Christus. Deine Vergangenheit und meine Vergangenheit. Deine Sünden und meine Sünden ist vorbei. Amen. Unser altes Leben ist vorbei. Und sie folgte Jesus fünftens am Garten, im Garten der Auferstehung. Da folgte sie ihn auch. Und das ist der Überschuss der Bereitschaft. Hallo? Ich muss immer wieder von neu anfangen. Ich muss wieder von neu anfangen. In allen Fragen meines Lebens gibt es immer Neuanfänge. 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 Wenn du nicht bereit bist, zu sagen, manchmal beginnt sogar eine Diskussion falsch. Und dann sagt der eine, halt. Fangen wir neu an. Guten Morgen. Ah, ein anderer Ton. Neuanfänge. Die Auferstehung ist nicht nur das Bild des neuen Lebens, aber der Bereitschaft, einen Überschuss zu haben. An Bereitschaft. Ich will lernen. Ich fange immer wieder neu an. Mein letzter Punkt. Maria Magdalena. Wo bist du denn eigentlich geblieben? Dein letzter Auftritt auf der Bühne des Evangeliums ist am Garten der Auferstehung. Und wo bist du dann gewesen? Die Kirchengeschichte, lest man Wikipedia. Die Kirchengeschichte, ganz interessant, wo sie hingegangen ist. Aber man hört nichts mehr von ihr. Man hört nichts mehr von ihr. Sie war Apostolin der Apostel. Der Apostel, weil sie privilegiert wurde, als Erste zu sein. Und man hört nichts mehr. Maria Magdalena, diese Ex-Prostituierte, hat einen Überschuss an Demut. Sie will gerne unsichtbar werden, damit sie Jesus Christus sichtbar macht. Damit sie Jesus sichtbar macht. Und das ist, was wir lernen sollten. Von uns weniger Sichtbarkeit. Denn wenn von uns weniger Sichtbarkeit, und da ist es Stolz abzulegen. Immer Recht zu haben. Immer, 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 immer ich, immer ich, immer ich. Nein, 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 hab, sei verschwenderisch, dass du dich zurücknimmst. Klein machst. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könntet ihr nicht das Himmelreich sehen. Verschwendung an Demut. An klein werden. An einfach werden. Und sagen, ich frage mich, was ist denn eine weitere Definition von Anbetung? Wir praktizieren Anbetung in unserem Alltag. Anbetung ist auch, du und ich weniger sichtbar und Jesus mehr sichtbar machen. Amen. Und wenn das unser Anliegen ist, unsere Haltung ist von Anbetung, dann bezeugen wir Jesus Christus. Aus einer Gottesbegegnung. Und diese Wanderung von Maria, Galiläa und am Kreuzweg, am Kreuz, am Grab, im Garten der Auferstehung, wünsche ich uns allen. Und dass wir diesen Ort der echten Anbetung, die Füße von Jesus, diese Huldigung für mein Leben, zu sagen, Herr, mein Leben soll sich ausgießen für dich. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Amen. Lasst uns aufstehen. Ich möchte beten. Ich möchte so gerne beten, Herr, für mich selber. Für jeden meiner Geschwister hier. Ich danke dir für deine unendliche Liebe, für die verschwenderische Gnade. Ich danke dir für das Beispiel von Maria Magdalena. Aber es gibt Tausende. Auch hier in diesem Raum heute sind Menschen hier, die diese Gnade erlebt haben. Ich bitte dich, Jesus, lass uns diese Botschaft ein verschwenderisches Leben mit Christus und für Christus, dass das wirklich in unsere Herzen ganz tief fällt. Und ich bitte dich, Herr Jesus, komm, durch deinen Geist und wo Menschen angesprochen sind, dass du in diesem sie begegnest und uns begegnest. Ich preise dich dafür. Ich bitte, dass die Band nach vorne kommt. Ich möchte heute einfach auch an den Übertragungsorten, da wo ihr seid, in die Stille zu gehen. Eigentlich würde ich jetzt hier, meine Aufgabe ist, dafür beendet sehen. Wenn du es schaffst, in die Stille zu gehen, in dir hineinzugehen und einfach nachzudenken. Halte ich mein Leben oder gebe ich es gerne hin? Für Jesus. Für sein Reich. Denk kurz darüber nach. Und dann trifft deine persönliche Entscheidung. Wir sind von dir. Wir sind von dir. Wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Ich bin Gottes Kind, ja sein Kind. Denn in seinem Haus ist ein Platz für mich. Ich bin Gottes Kind, ja sein Kind. Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Ich bin Gottes Kind, ja sein Kind. Denn in seinem Haus ist ein Platz für mich. Ich bin Gottes Kind, ja sein Kind. In seinem Haus ist auch ein Platz für dich. In seinem Haus ist ein Platz für jeden. Vielleicht kannst du nicht sagen, dass du ein Gottes Kind bist. Vielleicht ist jemand hier heute Morgen und du spürst, ich kann das nicht sagen, aber du spürst aber auch, ich würde es gerne sagen. Ich will gerne Jesus Christus begegnen in meinem Leben. Und vielleicht bist du Heroin und du siehst, es kommt was hoch, du siehst dein Leben. Dein Leben, was du führst. Ihr ist keiner, der dich verurteilen will. Jesus will dich nicht verurteilen. Jesus will dich retten, dich erneuern, dich befreien. Und auch zu Hause, wenn jemand da ist. Und ich bitte an, eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Und bevor wir dieses Lied vielleicht nochmal weiter singen und zum Ende des Gottesdienstes kommen. Zu Hause und hier, stelle die Frage, möchtest du diesen Ort an den Füßen Jesu kommen? Das ist jetzt eine bildliche Sprache, aber verstehe die Botschaft. Kapitulieren, dein Leben ausgießen, umkehren, Buße tun. Zu sagen und zu wissen, er liebt dich und er verändert dein Leben, er verändert deine Vergangenheit. Und er will, dass du sie begräbst, für ein, für immer und nicht immer wiederholst. Er ist das Symbol und die Wirklichkeit des Neuanfangs. Und dein Leben besteht aus Neuanfängen. Auch heute Morgen, zu Hause und hier, du kannst einen Neuanfang erleben. Und ich biete dir diesen Neuanfang an. Und deswegen, während alle Augen geschlossen sind, will ich fragen, ein ganz intimer Moment, ich will fragen. Ist jemand hier und sagst, ich möchte so einen Neuanfang erleben. Ich möchte erleben, wie Jesus mich ruft und mein Leben verändert. Ich möchte ihn nachfolgen, er soll der Herr meines Lebens werden. Und hier im Raum, wenn Menschen da sind, dann heb doch mal kurz deine Hand nach oben, dass ich das sehen kann. Danke. Es sind einige Hände, die jetzt nach oben gehen. Es ist fantastisch. Und das ist so ein Zeichen. Ja, du willst es auch zu Hause, wenn du so eine Entscheidung getroffen hast. Ich biete ein Gebet an, wo wir alle zusammen beten können. Und wo Menschen, die jetzt diese Entscheidung getroffen haben, aber auch nachbeten können. Es ist sehr simpel. Und die ganze Kirche unterstützt das. Wir beten, Herr Jesus Christus, Danke für deine Liebe. Danke für deine Gnade. Danke, dass du mir einen Neuanfang schenken willst. Danke, dass du mich liebst. Und dass du mir vergibst. All meine Schuld. All mein Versagen. Aber auch mein Leben heilst und gesund machst und mich befreist von den Erinnerungen, von den Erlebnissen, die schlimm waren. Herr Jesus, komm und mach mich zu einem neuen Menschen. Ich will umkehren. Ich möchte dir gehören. Von nun an sollst du mein Herr sein. Ich nehme dich an als meinen Erretter und meinen Erlöser. Ich glaube es. Ich empfange es. Und ich bekenne es. In Jesu Namen. Amen. 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 Amen.